Hallo, ich bin die Eva Förster, bin 19 Jahre alt und komme aus der Nähe von Nürnberg. Ich habe im September 2019 meine Ausbildung bei dem Orthopädie-Technik-Unternehmen Polig in Nürnberg begonnen und habe meine Ausbildung dieses Jahr im Sommer mit meiner Gesellenprüfung abgeschlossen. Nach meiner Ausbildung bin ich in den Fachbereich Prothetik gewechselt. In dem Bereich habe ich auch mein Gesellenstück angefertigt. Das kann man hier sehen und das ist eine Unterschenkelprothese in Karbonfaser-Leichtbauweise. Und zu der möchte ich euch einfach ganz kurz ein paar Besonderheiten erklären. Der Schaft selber ist aus einem Epoxidharzguss. Der Vorteil an dem Guss ist einfach, dass es eine hohe Steifigkeit aufweist bei gleichzeitig einem geringen Gewicht, was natürlich sehr vorteilhaft für den Anwender ist beim Tragen. Bei der Auswahl für das Fußpassteil habe ich mich für einen Karbonfederfuß entschieden. Dabei ist hervorzuheben, dass da die Energierückgabe vom Fuß selber sehr gut ist und man natürlich ein dynamischeres Gangbild für den Patienten erzielen kann. Bei der Wahl von der Kosmetik habe ich mich für eine Schaumstoffkosmetik entschieden und die anschließend noch mit einer Superskin-Beschichtung versehen. Die trägt einfach dazu bei, dass der Schutz der Kosmetik besser ist und natürlich das Erscheinungsbild für den Patienten und auch für die Mitmenschen natürlicher wirkt. Nach Anfertigung von meinem Gesellenstück ging es dann natürlich auch in die Anproben mit dem Anwender. Und es gibt einem natürlich ein super Gefühl, wenn man nach den ganzen Einstellungen und den Justierungen an der Prothese den Patienten in die Prothese einsteigen lässt und er losläuft. Das ist auch das, was einen jeden Tag wieder antreibt in diesem Beruf, dass man mit den eigenen Händen Hilfsmittel erschafft, die den Patienten, den Anwendern und den Kunden ein Stück Lebensqualität schenkt und den Alltag einfach erleichtert. Das ist auch das, was er dann auch in der Prothese einsteigen lässt. Das ist auch das, was er hat uns in der Prothese einsteigen. Das ist auch das, was er in der Prothese einsteigen. Untertitelung des ZDF, 2020